Im Surrounded Chor singen wir alle gemeinsam Rock- und Popstücke. Wir singen zwei- oder dreistimmig und treffen uns ein- bis zweimal die Woche. Dazu kommt eine ganze Reihe von Auftritten, die wir im Schuljahr haben. Wir haben zum Beispiel das Frühlingskonzert, wir haben das Weihnachtskonzert beziehungsweise den Gottesdienst und wir haben noch diverse andere Möglichkeiten aufzutreten oder auch die Stücke gemeinsam aufzunehmen. Im Surrounded Chor können alle interessierten Schüler ab der achten Klasse mitmachen bis hin zur Q2, also bis zum Abitur. Wir gucken dann, dass wir einfach die Leute so einteilen in den Stimmen, dass es für die Stimme gut passt, dass es für das Alter gut passt und dass wir alle gemeinsam ziemlich viel Spaß haben dabei.